Herr Schneider, fünf Millionen Privat- und Unternehmenskunden haben Sie. Was schätzen diese Kunden an Ihnen am meisten? Ja, ich gehe davon aus, dass sie mit uns zufrieden sind, dass sie sagen, ach, die bieten das, was ich brauche, die machen das anständig, die übervorteilen mich nicht, die bringen die Produkte, die ich will, die gehen ehrlich mit mir um. Dann sind sie vor Ort, tun auch was für die Gesellschaft, für Vereine. Dann sind sie immer da, wenn es um Krisen geht, da sind sie stabil als Kreditgeber und hauen nicht ab wie andere und wollen nichts mehr wissen, sondern sind auch in den schlechten Zeiten da. Den Wert eines Finanzinstituts merkst du erst, wenn es dir nicht gut geht. Wenn es dir gut geht, dann kommen sie alle. Aber in dem Moment, wo es dir nicht so gut geht als Unternehmenskunde, da lernst du die Bank kennen. Ob die zu dir steht und sagt, komm, das ist eine Delle, das kriegst du hin, ich glaube an dich, dein Vater hat das schon gut gemacht, deine Mutter, das ist ein tolles Geschäftsmodell, wir gehen mit ihr ins Risiko, da merkst du, was eine Bank wert ist. Und das müssen wir offenbar ganz ordentlich gemacht haben, sonst wären wir nicht Marktführer. Man lobt sich ja ungern selber, aber in dem Fall muss es wohl so sein. Und was kann das Vertrauen gefährden, vielleicht auch in der Krise? Alles, was uns zwingt, zu übervorsichtig zu sein. Und da habe ich immer Angst vor dieser Regulatorik. Die ist ja gewaltig geworden bei uns. Wir haben einen Bürokratenstaat beieinander, auch von der europäischen Ebene, dass dir nichts mehr einfällt. Aber wenn du jetzt da als Kunde kommst, auf der Anlageseite, dann wirst du beraten, zwangsberaten wie ein Verrückter. Du wirst ja mehr verunsichert, als dass es dir Hilfe ist zum Schluss. Du musst Zeug unterschreiben, das Gespräch wird aufgezeichnet. Das sind sehr viele unangenehme Dinge, wo die Menschen sagen, das will ich eigentlich nicht. Stichwort Negativzinsen bzw. Verwahrentgelte, wie es ja so schön heißt. Spielt das eine große Rolle für Sie? Wer zahlt die im Moment überhaupt? Die Geldpolitik hat uns in diesen Bereich gezwungen, der ja fremd ist. Die Vorstellung, dass jemand bezahlt für Geld, das er auf die Bank bringt, ist etwas Abstruses. Es tut mir leid. Das passt auch nicht zur Sparkasse. Das passt nicht zur Sparkasse. Wir heißen Sparkasse und nicht Entreicherungskasse. Zum Zweiten passt es auch nicht in unsere Rechtsordnung. Die Rechtsordnung kennt keinen Negativzins. Punkt. Wir haben leider Gottes Verwahrentgelte, die müssen für große Vermögen nehmen. Es gibt bei uns Häuser, die sagen, wir wollen es überhaupt nicht, ist uns piep egal, passt nicht zu uns. Die haben keine. Wie groß wäre so ein Vermögen, wo das eine Rolle spielt? In der Regel redet man mit den Menschen ab 100.000. Es ist immer weiter runtergekommen, man hat bei einer Million angefangen, es ist man irgendwo bei 100.000. Bei den Firmenkunden, die natürlich Millionen parken, da wird es schwierig. Da musst du Regelungen finden, weil wir müssen für das ja auch bezahlen. Wir müssen für das Geld, das wir da zum Teil anlegen, über Nacht bei der Europäischen Zentralbank eben diese formale Daten minus 0,5 Prozent bezahlen. Deshalb muss man dann entsprechend auch von Menschen, die so viel Geld bringen, das auch verlangen. Und die haben es meistens auch eingesehen. Stichwort Wertpapiergeschäft. Das ist ja etwas, was sehr stark geboomt hat während der ganzen Krise, auch im letzten Jahr 2021. Sie haben, wenn ich es richtig verstanden habe, gesagt, 50 Prozent der Depots sind etwa bei 12.500 oder darunter. Das fand ich einen sehr interessanten Wert. Glauben Sie, dass sich noch so viele neue Wertpapieranleger finden, dass das noch weiter gedrückt wird, man vielleicht irgendwann bei 6.000, 8.000 Euro ist im Durchschnitt? Ich weiß nicht. Ich glaube, mit steigendem Zins, im Moment kehrt der Zins zurück, werden viele wieder vorsichtiger mit Wertpapieren. Ist denn die Zinswende schon da? Ja, würde ich sehen. Im Moment ist ja so, die Inflation marschiert. Inflation kommt dann, wenn man an Inflation glaubt. Und das tun die Menschen mittlerweile. Dann kommt sie. Weil jeder drauf sitzt. Ob das die Europäische Zentralbank wahrnehmen will oder nicht, völlig egal. Angenommen, 2021 wäre kein Pandemienjahr gewesen. Also 2020 haben ja alle geübt, wie geht das mit Pandemie. Und da gab es trotzdem eine ganz ordentliche Jahrespressekonferenz. Was wäre am ehesten anders gewesen? Ich glaube, dass wir vielleicht dann noch mehr wirtschaftliche Belebung gesehen hätten. Das heißt, die Menschen hätten mehr ausgegeben. Sie hätten wieder Kleider gekauft. Sie wären wieder raus. Sie hätten wieder Urlaub gemacht. Das war jetzt schon ein Dämpfer. Also ich sage mal, drittes Quartal und viertes Quartal waren richtig dämpfend. Und damit nachfrageseitig gedämpft in der Wirtschaft und damit Investitionen. Und natürlich auch die Kredite. Es ist aber trotzdem noch gut gelaufen, 2021. Ich will mich nicht beklagen.